Musik Petri Heil Petri Heil, wie war dein Wochenende? Gut, wir waren am Samstag im Restaurant am Stadtrand Essen, natürlich Fisch kam auf den Tisch Ich probierte zum ersten Mal einen Zander Danach spannte mir die Hose wie ein Expander Das Filet war zart und bissfest Einer der feinsten Fische bis jetzt Würde ihn wieder von der Speisekarte wählen Zander kann ich nur empfehlen Zander, kenn ich Hat dich auch schon mal am Haken Schmeckt gut, gegrillt und gebraten Ich war am Wochenende inzwischen wieder mal beim Fischen Und hab einiges gefangen Ich bekam hier das Bangen Ich hatte in echt ein Gefecht mit einem riesen Hecht Ich musste nicht lange warten und sah Bewegungen Im Wasser einen Schatten Er hat heftig am Haken gezogen und dann hat sich die Angel gebogen Und auf der Waage hatte er ungelogen tatsächlich 20 Kilo gewogen Und auf dem Maßband las man dann Er war zwei Meter lang Das war schon ein Kaliber, mein lieber Schieber Doch Zander wäre mir lieber Wow, das ist natürlich klasse Ein Fisch mit so einer Masse Okay, okay Jetzt aber psst Sonst beißt keiner an Hallo Oh, ein Wurm Hallo Hast du Hunger? Nee, bedien dich Danke Danke Was für ein Fang? Ich ging ja schnell Geht das immer so einfach? Na, das ist eine Fangfrage Tür Das ist ein Wurm Untertitelung des ZDF, 2020